yo hi ich begrüße euch zum neuen video schön dass ihr zu seht freue ich mich darüber wenn euch mein kanal gefällt lasst mir ein abo da würde ich mich darüber freuen und heute zeige ich euch mal den tks tisch verlinke ich euch mal hier oben links im video und zeige euch mal wie ich den wie der fertig aussieht ja so sieht der ganze jetzt aus habe ich fertig gestellt bis soweit fertig meiner meinung nach es fehlen natürlich noch ein paar kleinigkeiten und ja zuerst mal hier habe ich meine selbst gebauten parallel anschlag den kann ich hier an der seite aufmachen verschieben hier so eine führungsschiene mit mescaler dann zwei linear führungen mit linear lager und eine frage habe ich vielleicht weiß dass einer von euch und zwar ist hier so eine kleine schraube vielleicht kann mir einer sagen für was die ist weil ich habe an jedem linear wagen so eine inbusschraube schreibt mir unten in die kommentare würde ich mich drüber freuen ja so ist besser die position ja hier hinten seht ihr mein klein mein kleines radio oder bluetooth lautsprecher kopfhörer ja was für probleme gab es als erstes gab es das problem mit dem sägeblatt hier beziehungsweise in der tischkreissäge dieser drehwinkel von 90 grad also dass man die das sägeblatt auf 45 grad stellen kann er war tiefer wie dass ihr das besser verstehen können was ich mein und zwar mit dem drehpunkt hier habe ich mal eine zeichnung gemacht und zwar dieser drehpunkt hier das ist ja das original gehäuse von der tks mit der original platte und dieser drehpunkt hier bewirkt ja dass sich das sägeblatt um 45 grad drehen kann also quasi den winkel einstellen kann und der war jetzt tiefer wie wie als wo ich diese neue platte oben drauf gelegt habe somit musste ich unterhalb der platte eine aussparung fräsen dass ich mit diesem drehpunkt nach weiter nach oben kommen bzw dass die platte weiter nach unten kommen das habe ich geschafft ein bild habe ich jetzt nicht mehr dazu sonst würde ich euch das einblenden ja das ist mal der erste punkt dann der nächste punkt da hole ich mal die original platte das ist die original platte und wie ihr sehen könnt ist hier so ein halbmond quasi ja ein fest installierten und ein flexiblen da war waren hier so plastik klammern drauf ja wo dann hier die tisch oder halt dass das gehäuse von der tischpreissäge drin sitzt ja das müsste ich einmal übertragen auf die neue platte und ich habe mir ja wie soll ich sagen ja provisorischen noch ein so ein halter so ein flexiblen halter angefertigt aus dem stückchen metall dass auch die stabilität gewährleistet ist und das auch nicht hin und herrutscht das war das andere problem ja und das funktioniert jetzt auch zeige ich euch mal also hier ist sägeblatt und hier kann ich das nach oben bewegen wie ihr sehen könnt und nach unten bewegen das schwenken funktioniert auch allerdings das passt noch nicht zu 100 prozent weil die platte wirklich dick ist das sind 22 millimeter muss ich mir noch eine andere einlage ein fertigen dass das auch dass ich auch im 45 grad rinkel sehen kann ich mache mal die feststehschraube lose und dass wir sehen könnt kann ich das sägeblatt einwandfrei bewegen und auch auf 90 grad wieder einstellen ja das war das eine problem ja das andere problem oder gab es überhaupt noch ein problem also ein weiteres problem gab es nicht ich hole euch mal weiter nach oben wieder ein weiteres problem gab es eigentlich nicht also mir fällt jetzt mal keins ein das war die einzige schwierigkeit dass ich die aussparung gewesen kann das habe ich dann den kanten fräse gemacht ja dass man ein fräslift funktioniert auch ganz gut da muss ich mir noch ein griff anfertigen das funktioniert auch gut ja wie ihr sehen könnt fräse kommt nach oben und fräse geht nach unten das funktioniert auch gut also ich muss sagen ich bin ziemlich zufrieden mit dem bau hier war ein großes projekt für mich auch sehr anspruchsvoll für meine kenntnisse na klar ihr profi tüschler hätte das im nu gebaut natürlich denke ich mal ja aber für so ein hobby heimwerker wie ich jetzt bin ist das schon ein großes projekt und wenn es euch gefällt ich lass mal um die playlist da und wenn es euch gefällt wie gesagt würde ich mich über ein abo freuen und ein like da lassen ja das nächste projekt ist ein eine einschaltung zu bauen für die tischkreissäge und für den fräser der moment ist blöd ich muss das ja das ist nicht erlaubt auch nicht nachmachen bitte ja ich habe die oberfließe im moment mit dem kabelbinder also die zwei scheide mit dem kabelbinder festgemacht das ist nicht erlaubt nicht nachmachen bitte ja sehr gefährlich ja ihr braucht noch eure zehn finger das ganze leben lang ich werde mir sowas bauen hier ja das sehe ich quasi hier einmal die oberfläche einsteckt einmal die tischkreissäge und dann mit dem schalter je nachdem was ich brauche schalten kann und ein und ausschalten kann ja das ist zehnmal sicherer weil moment muss ich unter dem anschlag bzw unter dem führungsbrett hier mal lang und das ist überhaupt nicht sicher ja habe ich noch zwei team eingelassen in den parallel anschlag einmal um für diese dinge hier ich finde ganz praktisch das ist sind einfach so federklemme ja und wir sind hier drin das passt auch ganz gut weil sieht man fest dann ist unten durch ihn und das tut es ein bisschen nach unten ja das ist im moment beim push stock ja einfach nur so ein gummi muss und den originalen noch aber das ist auch okay im moment da werde ich auch noch was anderes bauen ja das war eigentlich soweit ganze also ich bin sehr zufrieden damit ich sage dann mal tschö und bis zum nächsten projekt wäre schön wenn ihr wieder zu seht bis dann